ARD Text im Auftrag von Funk Hey, cool! Du hast ja noch eine Art gekauft. Ich habe auch eine. Wie findest du sie? Ja, ich finde es ist super. Du kannst das sogar noch haben. Individualisiert, du siehst die Namen. Ja, das finde ich super. Du kannst sie haben mit Silikon oder Neopren und so. Und vom Preis her ist es wahnsinnig, gell? Dann kannst du gut miteinander konkurrieren, gell? Ja, vor allem die Qualität der Nähe. Du weisst, es ist wirklich gut verarbeitet. Ich bin zufrieden. Du musst mal schauen, sogar aus Metall. Weissverschluss aus Metall. Das ist echt fantastisch. Also ich habe mir auch eine gemacht. Und der nächste wäre die Weiss. Weiss? Ja, das ist immer dreckig. Aber der sieht mich. Nein, es gibt eben verschiedene Farben. Du kannst grün, blau, rot und schwarzen. Ich bin wirklich zufrieden. Ja, sehr, sehr. Ich bin auch zufrieden. Kiel, ich kaufe dir so einen. Artig. Artig ist die beste. Eindeutig.